Was wäre, wenn Maschinen rein wären? Ein grundlegendes universelles Konzept, ohne Werte oder Ziele. Aber weil sie von Menschen gebaut wurden und damit all deren zahllose Fehler erben mussten, wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Müssten sie nicht unweigerlich dem Pfad ihrer Schöpfer folgen und letzten Endes scheitern? Was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Ausweichmanöver! Sofort! Bereit machen für Kollision. Ausweichmanöver! Freunde zu The Search 2. Ja, wer mich kennt, weiß, dass mir das Aussehen meiner Protagonisten hier eigentlich völlig egal ist. Deswegen machen wir mal ein zufälliges Gesicht. Und dann kann es schon losgehen. Für mich ist das Spiel wichtig und nicht, wie die Charakterfigur aussieht. Medizinischer Report TS1. Die Warnvorstellungen unseres Spezialpatienten halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint er die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen und irgendeine Art Anomalie zu haben. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Heftig, heftig. Wer so eine Albträume hat... Pass auf! Es wird nicht umregen! Krass. Entweder hat er das jetzt geträumt oder das findet hier wirklich statt. Gucken wir mal. Okay, wir suchen eine Keycard. Ist ja in dem Raum hier gar nicht so schwer. Zumal das ja nur ein kleiner, quadratischer Raum ist. Ach, der ist auch schon. Sehr gut. Wir müssen mal gucken. Hier können wir blocken. Hier können wir schlagen. Alle Gefangenen bleiben in ihren Zählen. Wachdrohnen sind im Einsatz. Flatter der Bezug, sagst du ab. Blocken ist gar nicht verkehrt. Okay, sehr gut. Die haben wir ordentlich angegeben. Ui. Heftig, heftig, ey. Ist viel weg, ja. Ja, das war auch nicht schlecht. Hier, die hauen wir mal um. Bei denen hauen wir mal um, weil... Die Insassen sind... Äh, Insassen sind wirklich nicht ohne. Die plündern nämlich hier die ganze Zeit. Ja, die greifen wir uns nämlich an. Und da muss man sich halt schon zur Wehr setzen. Aha, frischfleisch. Ja, ich gebe dir gleich frischfleisch. Auch hier sei es wieder gesagt. Es ist Gott sei Dank nur ein Computerspiel. Und nichts mit der Realität zu tun. Sehr gut. Ja, das haben wir gut gemeistert. So. Hier können wir uns heilen. Kriegen wir den Fahrstuhl auf. Ne. Der ist zu schwach. Okay. Vielleicht müssen wir nach oben. Du, bitte, du musst mich hier rauslassen. Ich bin kein Verbrecher. Nur ein ganz normaler Typ. Okay, ne. Lock-Update. Befreie Benjamin aus seiner Zelle. Ja, wenn ich das könnte. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche Gegenstände momentan aufnehmen kann. Liegt hier irgendwas? Ne, da geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier durch die Tür. Die scheint grün zu sein. Das ist auch was grünes. Was ist das? Ah, da geht die Tür dann auf, wo wir durchgekommen sind. So. Die Sündheit ist bereits voll. Okay. So, jetzt hier ganz wichtig, um den Gegner zu besiegen. Der hat eine Schwachstelle und das ist sein Kopf. So. Den kann man nämlich auch mal treffen. Ich bin da nämlich am Anfang, als ich das erste Mal gespielt habe, auch ziemlich am Verzweifeln gewesen. So, haben wir geschafft. Sehr gut. So, Keycard eines Officers haben wir gekriegt. Reicht aber wahrscheinlich nicht dafür aus, um hier reinzukommen. Ne. Okay, aber um hier durch die Tür zu kommen. Okay, da hinten durch die Tür versuche ich es erst gar nicht, solange... ...ich hier nicht irgendwas habe, was ich als Werkzeug benutzen kann. Und ich hier nix aufhebeln. So. Medi-Bay. An einer Medi-Bay kannst du deine Gesundheit wieder auffrischern, deine Kernlastung, Ausrüstung herstellen und verbessern. Okay. Die Metamorphose ist so nahtlos, dass sie gar nicht mehr wissen werden, welche Funktionen noch von ihrem Körper übernommen werden. Und es wird ihnen auch egal. Alter, geil. Das sieht aber nach Spaß aus. Jetzt müssen wir die Türen auch wieder aufkriegen. So, mit dem Tech-Scrap kannst du die Kernlastung deines Rigs verbessern und dir Modulpunkte holen und die du auf die folgenden Werte verteilen kannst. Mit mehr Gesundheit kannst du mehr Treffer überstehen, mit mehr Ausdauer kannst du mehr Aktionen ausführen, bevor du dich regenerieren musst. Mit jedem Akku kannst du entweder deinen Gegner Gliedmaßen abtrennen oder Injektionsimplantate verwenden. Mit einer höheren Akku-Effizienz werden Injektionen stärker, zum Beispiel wird pro Injektion mehr Gesundheit wiederhergestellt. Du hast Pair, okay, Taste von hier direkt aus zum Ausrüstungsmenü zu wechseln. Alter, Sprachenlernen babbeln, würde ich sagen. Äh, Bubble. Spreche ich das auch noch falsch aus? Unglaublich. So, was haben wir denn? A, Modulpunkte, X, aufleveln. Hier können wir erstmal schließen. Wie viele? Zehn Punkte haben wir, ja? So, Textwrap lagern. A ist Modulpunkt, okay. Über den jetzt. Ah, es sind keine verfügbar, alles klar. Exo-Kernleistung ist zehn. Ja, das müssen wir erstmal akzeptieren, weil wir haben ja keine Punkte, die wir verteilen können. Alter, sieht das geil aus. Und holen Sie sich die Kontrolle über Ihr Leben zurück. Es wird Zeit für Klarheit, für Bewegung, für Kraft. Also ich dachte, ich kriege ja... Ach nee, alles klar, das ist so ein zarter, leichter, sportlicher Anzug. Ich habe gedacht, ich lege mir hier das Teil an. Alter, der schlägt aber schnell jetzt. So, Ziel anvisieren. Rechten Arm auswählen bei anvisiertem Ziel. Energie auftauen, X-Waffe ab, trennt Verbrauch, Akku. Okay. Also anvisieren und dann können wir uns am Körper dann aussuchen. Einen schönen Tag noch, Officer. So, Armabtrennen hat jetzt noch nicht funktioniert, aber okay. Das kann man ja immer nochmal machen. Nutze Akkus, um dich zu heilen, neben den du wehdrückst. Schrank können wir mal noch nicht aufmachen, ne? Nee, schade. Gucken, ob er jetzt genug Kraft hat. Das sieht doch gut aus. Ach du heilige Neune. So oft wie das im Gepanzerter. Warte mal, hier können wir noch was aufheben. Da ist Implantat erhalten. Ausgerüstet, Direktionaler. Okay, da müssen wir uns nochmal genauer mit befassen. Okay, den können wir ja relativ einfach platt machen. Nutze gespeicherte Heilungsladung zum Heilen, indem du B drückst. So, das geht hier ganz schön ab. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Hier war ich nämlich noch nicht. Zerlegter Flugzeugroboter. In Ruinenbliedmaßen. Aber ich hätte eben schon mit X was abtrennen können. Aber das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Oh Gott, was ist das? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver. Ausweichmanöver sofort! Ah! Ah, schon übel, ne? Die ganzen Erinnerungen, die er hat. Okay, die Tür geht nicht auf. Zeigt zwar was an, aber ich kann nichts machen. Ja, hier haben wir den Vorteil, dass die natürlich die Dinger kaum tragen können hier. Die laufen zwar alle mit so einem Riesenteil rum, aber das ist ja viel zu schwer für die. Die haben gar nicht die Kraft, das zu schwingen. Hier hängt einer über der Reling und kotzt. Der ist seekrank. Okay, sehr gut. Weißt du auch gar nicht, was man hier alles so looten kann. Ob es ja irgendwelche Lootboxen gibt oder so. Warte mal. Renne Waffen ab, die du bereits besitzt, um Materialvererstörung neue Waffen zu bekommen. Wir können uns noch nicht so richtig ausstatten. Das Vieh da reinkommt, dann hätten wir ein Problem. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo wegkommen. Hier nicht. Sicherheitsgang. Okay, es ist weg. Ich wollte gerade sagen, warum soll ich das denn öffnen? Bin doch nicht bescheuert. Das Vieh reinzulassen. Achtung an alle Gefangenen. Diese Einrichtung ist weg. Der Speedbrake ist zu unterbinden. So, hier haben wir ja unsere Ausrüstung und unsere Module und so. Die wir... Implantate... Okay. Ja, das... Momentan war da auch noch nicht so gut ausgestattet. Sicherheitsgang. Gehen wir doch mal den Sicherheitsgang lang. Wobei da hinkommen. Eine Karte wäre ganz nice. Okay, wie es sich für einen Sicherheitsgang gehört, ist er natürlich verschlossen. Sehr geil. Hier bleibt uns ja noch nichts anderes übrig, als den anderen Weg zu nehmen. Den hier. Da schon gelaufen sind. Und zwar da, wo wir gedacht haben, wir können das Vieh reinlassen. Da muss ich aber mal gucken. Warte mal. Es war ja so, wir sind ja hier runtergerannt. Genau. Und hier müssen wir lang. Hier war ja das Vieh draußen, wo ich dachte, alter Tyrannosaurus Rex ist aber klein gegen. So, Schrotthaufen können innerhalb eines Inventars verbraucht werden, um dich umgehend mit neuen Tech-Scrap zu versorgen. Wenn du stirbst, geht nichts davon verloren. Ah, das sowas feiere ich natürlich. Das heißt, wir gucken mal in unser Inventar. So, verbrauchen. Okay. Lock sortiert nach Quest. Implantate. Die sind ja alle eingesetzt hier, ne? Ja, genau. Hier werden ja die Implantate, die ich wahrscheinlich benutzen würde. Ausrüstung. Okay. Da waren wir jetzt auch drin. Ja, alles klar. Da waren wir mal zu langsam. Aber jetzt wissen wir ja, dass wir hier so sprinten können. Machen wir das nochmal. Bitte knapp werden, haben wir geschafft. Sehr gut. Neues Implantat erhalten. Automatisch ausgerüstet. Und zwar kriegen wir jetzt mal eine automatische Injektion, wenn ich das richtig sehe. Alter, übel, übel. Okay, hier ist noch eine kleine Drohne. Oh, hier ist noch eine kleine Drohne. Habe ich gedacht, dass ich damit... Habe ich gedacht, dass ich damit... Ah, scheiße. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass ich den Arm abtrennen kann. Mit X, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Okay, jetzt sind wir hier wieder gelandet. Einen schönen Tag noch, Officer. Okay, also man prügelt drauf ein und irgendwann zeigt er X an und dann kannst du halt... Äh, die Gegenstände abtrennen oder die Arme oder wie auch immer. Vorteil ist natürlich, dass hier alles gespeichert wird. Auch, dass es hier offen ist, was ich schon... Ähm... Freigeschaltet habe. Okay, wir haben kaum Energie abgezogen. Ja. Schwer, schwer. So, Freunde. Aber ich würde mal sagen, es ist Sonntagabend. Ähm... Wir werden das Game auf jeden Fall weiterzocken. Einen schönen Tag noch, Officer. Ich werde jetzt hier nochmal kurz hier einen Gegnerplatz machen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das die nächsten Tage intensiver spielen und dann im richtigen Gameplay. Achtung an alle Gefangenen! Diese Einrichtung steht unter... Aber die Gegner sind nicht ohne, das ist echt heftig. Oh Mann ey, warum ist der hier so schnell? So, die müssen jetzt erstmal... A und L ist ausweichen, okay. Na, stimmt allerdings. Ne, irgendwie nicht immer so richtig. Na, scheiße. Okay, Freunde. Wir haben es mal angespielt. Und äh... Gefällt mir. Ist die Frage, ob der Schwierigkeitsgrad nicht so ein bisschen abstoßend für mich ist. Aber ich glaube, ich muss mich da erstmal einfach nur eingrooven und der wird da schon funktionieren. Also würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Video.